Wie sehen eigentlich die weiblichen Stars dieser Welt aus, wenn sie ungeschminkt sind? Das klären wir heute in diesem Video. Hallo ihr Menschen und herzlich willkommen hier zum neuen Video, wie immer. Ja, und heute gibt es ein Thema, wo ich so dachte, wow. Das war, ich lag mit meiner Freundin zusammen halt so im Bett und dann hat sie mir so Fotos gezeigt, eben von Stars und hat so gemeint, hey, guck mal hier und hatte die irgendwie alle auf dem Handy. Und ich dachte so, oh krass, darüber muss ich echt ein Video machen und genau das machen wir heute. Weil ich mir einfach auch echt schon so gedacht habe, so wenn ich so eben diese ganzen Leute sehe, man sieht die immer nur, wie sie eben so auf dem roten Teppich sind und so. Und wenn man sich da mal wirklich überlegt, wie gesagt, also gerade bei Frauen ist es ja eigentlich eh relativ normal, dass sie ja eben immer geschminkt sind. Aber wie krass der Unterschied einfach ist, wenn sie nicht geschminkt sind, das ist schon ziemlich heftig. Wo ich euch aber trotzdem noch kurz darauf hinweisen möchte, bevor wir anfangen ist, dass ich jetzt mittlerweile eigentlich versuche, sehr regelmäßig auf YouNow Streams zu machen. Ähm, eigentlich sogar täglich mindestens für eine halbe Stunde. Einfach, damit ich mit euch ein bisschen interagieren kann und einfach mal mit euch ein bisschen reden, ähm, was ich nämlich so einfach nicht kann. Also, ich kann zwar gewissermaßen über die Videos auch mit euch kommunizieren, aber eben nicht in dem Maße, weil es einfach nicht live ist. Und da ist es halt so, da kann ich eben auch mal Fanpost einfach live vorlesen. Ich kann einfach mit euch auch mal ein bisschen live reden und einfach mal sagen, hey, was macht ihr so heute? Ja, ich habe das gemacht und bla bla bla. Und deswegen, ähm, ja, also schaut einfach mal unten vorbei. Äh, ich versuche eigentlich immer so um 21 Uhr abends einen Stream zu machen für eine halbe Stunde bis eine Stunde oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Und an Tagen, wo es eben nicht klappt, dann liegt es eben daran, dass ich irgendwie echt unterwegs bin und dass es einfach nicht geht. Aber grundsätzlich möchte ich einfach echt eine halbe Stunde bis eine Stunde mit euch streamen jeden Tag. Deswegen schaut unten mal auf dem Link vorbei, äh, younow.com slash clemensalive oder beziehungsweise www.unow.com slash clemensalive und, ja, werdet dort Fan von dem Clemensalive-Ding oder so, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Streams, weil ihr dann immer sofort die Meldung kriegt. Aber jetzt soll es endlich losgehen mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kommen wir zum ersten Star. Und das ist... Diese wunderschöne Dame hier. Tja, wer könnte das sein? Also ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen geschockt, als ich wusste am Ende, wer es ist. Denn es ist, was ratet ihr? Britney Spears, what the fuck? Ganz ehrlich, wie kann man denn so aussehen? Also es geht noch, es geht noch. Aber wir werden gleich noch deutlich schlimmere Beispiele finden. Hier kommen wir zur nächsten Frau, die ihr wahrscheinlich alle, alle kennt. Deswegen hier wieder eine kleine Ratezeit für euch. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Und okay, das ist wahrscheinlich schon irgendwie so kurz nach dem Fitness gemacht worden von irgendeinem Paparazzo. Alter, der Unterschied, den ihr gleich sehen werdet, der ist einfach nur krass. Wer könnte diese Frau sein? Das ist... Das ist... Ich lasse euch noch kurz raten. Das ist... Jennifer Love Heaven. What the fuck? Ich meine, schaut sie euch an. Links und dann rechts. Und dann nochmal links und nochmal rechts. Rechts ist, würde ich gern knallen. Links ist, geh bitte raus aus meinem Haus. Also es ist schon krass. Es ist wirklich krass. Kommen wir aber zur nächsten Frau, die ungeschminkt nicht mehr zu erkennen ist, meiner Meinung nach. Wer könnte diese Frau sein? Wer könnte es sein? Werdet ihr es herausfinden? Es ist... Es ist Jessica Simpson. Wobei ich hier wirklich sagen muss, okay, man kann sie gut auch ungeschminkt am Gesicht erkennen. Der Unterschied ist jetzt nicht so krass, aber die Farbe fehlt halt. Gut, aber kommen wir direkt zur nächsten, denn wir haben noch eine Menge vor uns. Hier, die Frau, finde ich, erkennt man sogar ungeschminkt ganz gut. Und vielleicht auch deswegen an dem, was sie trägt und man daran vielleicht ein bisschen erkennen kann, was es sein könnte. Und was denkt ihr, wer es ist? Die Frau mit den riesigen Tellern auf ihrer Brust oder auf ihrem Brüsthemd. Es ist, ja richtig, Katy Perry. Also ich muss echt sagen, bei ihr bin ich echt noch stolz darauf, dass man sie auch wenigstens ungeschminkt erkennt. Also das ist wirklich, muss man sagen, das scheint ja schon eine Ausnahme zu sein. Was ich ehrlich gesagt ziemlich krass finde, weil ich sehe eigentlich eine Menge Frauen, die ungeschminkt echt gut aussehen. Und dann frage ich mich immer, diese ganzen Hollywood-Leute, also weil man die auch immer so irgendwie so anhimmelt und so nachdem man das so, oh, Schönheitsideale und bla bla bla. Und daran erkennt man halt erstmal wieder, zumindest bei den Frauen, dass das einfach alles nur Schminke ist. Also das ist halt schon krass, oder? Wir verstehen oft nicht, dass die Leute, zu denen wir aufblicken, nicht anders sind als wir, nur halt mit einem Merkmal oder mit einer Fähigkeit, die man selbst eben nicht hat. Aber ansonsten eigentlich exakt gleich und nicht hübscher, nicht schlauer meistens sogar. Ich meine, werden alle Leute zum Beispiel, die erfolgreich sind, super schlau, dann wüsste man ja, dass man automatisch mit Intelligenz super erfolgreich wird. Wird man aber nicht. Es gibt zum Beispiel eine Menge Leute, die haben einen IQ von 125 oder so und haben einen ganz normalen Angestelltenjob und so weiter. Also das eine hat mit dem anderen eigentlich nicht viel zu tun. Ich möchte damit einfach nur sagen, Leute, ihr seid vielleicht nicht mit der, also vielleicht bist du jetzt nicht gerade mit der Ultra-Mega-Schönheit ausgestattet, weiß ich nicht, kann ich ja nicht beurteilen, die sehe ich ja nicht. Vielleicht bist du auch nicht mit dem übelsten Brain ausgestattet, aber ich sage dir was, du kannst trotzdem was aus dir machen. So, jetzt aber genug gedingst. Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Das ist, oh Gott, ich möchte eigentlich gar nichts sehen. Das ist, welche Frau könnte das wohl sein? Oh Gott. Das ist, Trommelwirbel bitte, Lady Gaga. What? Also, ich weiß ja nicht, aber, also, oh, also, oh, 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 oh. Nee, echt nicht. Also die Frau, also wenn die so wie da links auftauchen würde, ich würde sagen, nee, komm, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ihh, das ist wirklich eklig. Was ist denn das? Aber jetzt kommen wir zur nächsten Frau. Die werdet ihr auf jeden Fall erkennen, einfach weil sie ein unverkennbares Gesicht hat, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, warum die, ehrlich gesagt, so viele als so mega hübsch abstempeln, weil ich finde sie, ehrlich gesagt, nicht hübsch. Das ist, ja, die Mädchen haben es wahrscheinlich schon lange erkannt. Kristen Stewart, also die, die Bella aus dem Twilight-Zeugs. Muss man nicht kennen, muss man auch nicht gesehen haben. Kommen wir gleich, oh Gott, kommen wir zur nächsten Frau. Wer könnte diese Frau sein? Dann findet ihr es heraus. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, weil das ist schon, also alter Schwede. Diese wunderschöne aussehende Frau, die man vielleicht auch für einen Zombie halten könnte oder für einen, ich weiß es nicht, für einen, für einen Alien. Diese wunderschöne Frau ist keine geringere als Kate Moss. What the fuck? Warum? Wie kann man denn bitte? Also ernsthaft, wenn man so aussieht wie die rechts, wie kann man dann aussehen wie die links? Wie, wie um Gottes Namen geht denn sowas bitte? Ich finde das mega krass, also, aber gut. Kommen wir zur nächsten Frau, die ihre, oh mein Gott. Die ihre wunderschöne, ich wollte gerade sagen Fresse, aber das ist vielleicht ein bisschen fies, ungeschminkt, in die Kamera hältst du, meine Damen und Herren, hier ist die nächste Frau. Wer könnte das sein? Ich finde, man erkennt es schon, aber es ist wirklich schockierend. Es ist wirklich schockierend. Diese Frau ist keine geringere als Jennifer Lopez. Ja. Vielleicht hätte sie einfach ihren Hintern dahin halten sollen, ungeschminkt, dann hätte man sie vielleicht sofort erkannt. Aber so geht es halt natürlich auch. Also, klar, das sind schon Fotos, die sind wirklich privat geschossen worden wahrscheinlich, aber, alter, also, wie kann man einen so riesigen, also, ich weiß nicht, habe ich auch so einen riesigen Unterschied von, während ich schlafe und während ich wach bin und jetzt hier vor der Kamera sitze, geht das überhaupt? Kann man denn wirklich als, also, ich finde es heftig. Ich meine, ich habe nichts gegen Frauen, die ungeschminkt sind, wirklich nicht. Im Gegenteil, ich finde sogar meistens weniger Schminke besser, aber man denkt einfach so bei diesen ganzen Frauen, das sind so natürliche Schönheiten, aber nein, sind sie nicht. Das ist unglaublich. Hier, diese Frau erkennt ihr wahrscheinlich, wobei ich da wirklich finde, dass sie ungeschminkt zwar vielleicht nicht ganz so scharf aussieht wie geschminkt, aber auf jeden Fall nicht hässlich, auf gar keinen Fall hässlich. Diese Frau ist Cameron Diaz. Also, hättet ihr, also, ich finde, man erkennt sie, wobei ich finde, dass sie irgendwie so ein deutlich breiteres Gesicht hat, aber ich finde, da sieht sie irgendwie aus, irgendwie wie so eine Mathelehrerin. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich finde, das sieht einfach aus wie so eine Mathelehrerin. Kommen wir zu der nächsten Frau, die ihr wahrscheinlich erkennen werdet. Diese Frau ist, ja, ich glaube, man erkennt das ganz gut. Und das ist keine geringere als Madonna. Richtig. Und, ähm, ja gut, da sieht man halt einfach, da sieht man ihr halt einfach ein bisschen das Alte an. Die Frau ist halt nicht mehr die Jüngste. Das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, klar will sie es natürlich ein bisschen, äh, will sie es natürlich so ein bisschen aufrechthalten, aber man kann es halt nicht verstecken, beziehungsweise nicht auf ewig. Ähm, die Frau ist, soweit ich weiß, schon über 50. Und, naja, gut, deswegen, also ganz ehrlich, ich finde, dafür ungeschminkt sieht sie halt einfach aus wie eine 50-Jährige oder wie eine Frau ihres Alters. Aber auf jeden Fall nicht hässlich. Natürlich, durch die Schminke sieht sie wieder 10 Jahre jünger aus, aber gut, das, äh, muss jeder selber für sich beurteilen. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Frau jetzt auch mal so langsam in Rente gehen könnte oder sich vielleicht anderen Sachen widmen. Ich meine, ähm, nichts gegen ihre Musik gar nicht, aber man muss auch mal irgendwann vielleicht umdenken. Ich meine, es gibt noch andere Dinge. Man muss nicht sein ganzes Leben lang Musik machen. Geld hat die Frau sowieso genug. Also, wenn sie, wenn sie Musik liebt, dann gibt es noch eine Menge andere Dinge, die sie machen könnte. Zum Beispiel andere Künstler unterstützen und produzieren. Ähm, die nächste Frau, erkennt ihr sie? Das ist, naja, gut. Und sie sieht aus, als wolltest du sie uns gleich aufessen. Aber das ist, ja, Nicole Ritchie. Oder Nicole Ritchie. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen. Habe ich es falsch ausgesprochen? Ich glaube schon. Und kommen wir direkt zur nächsten, die, oh Gott. Sex Symbol von so vielen Männern aus den 70ern, 80ern und 90ern. Und jetzt ist sie das. Denn diese Frau ist Pamela Anderson. Und, also ich weiß nicht, aber was ist mit der passiert? Also, wie, 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 wie kann man denn? Die sieht einfach so, 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 total normal aus. Und rechts sieht sie einfach aus. Keine Ahnung. Wieso? Also, ich möchte jetzt nicht sagen Pornostar, aber einfach so, 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 hallo? Keine Ahnung, wie, 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 wie soll man sowas beschreiben? Naja, gut. Kommen wir aber direkt zur nächsten, ich glaube, sonst wird das Video echt zu lang. Diese Frau ist, ich mache es jetzt einfach mal ganz schnell, Penelope Cruz. Ja, die Frau ist echt, also geschminkt, finde ich die mega hübsch. Einfach auch wegen ihrem, naja, wie soll man das sagen? Also, es ist ja kein, es ist Abstammung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie wirklich extrem hübsch, finde ich geschminkt. Ungeschminkt, nicht mehr ganz so. Dann, diese Frau ist, oh Gott, ihr kennt sie auf jeden Fall, hat viel Musik gemacht. Anfang, Mitte der Nullerjahre, also 2000 bis 2007, 2008, hat man die, glaube ich, mega gekannt. Das ist Nicole Scherzinger, jawohl. Und die allerletzte, die erkennt man aber, finde ich, auch sofort, das ist Rihanna. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie immer. Wenn ja, dann gebt den Daumen nach oben, wenn nicht, dann lasst es bleiben. Abonniert den Kanal, falls ihr, wie gesagt, auch von Montag bis Freitag Videos möchtet. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr dafür, dass ihr immer wieder reinschaltet und dass ihr auch mit mir zusammen so viel Spaß habt damit. Und ja, wenn jetzt noch meine Nase gerade ein bisschen zu, deswegen, ich rede gerade echt ein bisschen komisch. Wenn ihr jetzt da oben klickt, dann kommt ihr jetzt noch zum letzten Video. Und da kommt ihr zum nächsten Video, falls es, oder wenn es schon online ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder morgen, am Mittwoch, wie immer, WhatsApp-Face. Bis dahin, macht's gut auf einen Schau. Bis dann.